Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ein bisschen ein anderes Video, nur kurz eine Info und dann sehen wir uns morgen wieder, denn morgen gibt es ein PES-Video auf meinem Kanal und übermorgen soll es dir dann eigentlich ganz normal Football Manager geben. Von daher heute nur ein bisschen Info. Zuallererst möchte ich euch sagen, und das wissen immer noch einige nicht, ich streame jetzt mittlerweile auf Twitch. Das heißt, alles was ich streamen werde, und ich werde in nächster Zeit ab und zu mal öfter streamen als sonst, wird es auf Twitch geben, Michael-Unterstrich-Unterstrich-Mike. Das ist mein Twitch-Name, Michael-Unterstrich-Unterstrich-Mike. Und da könnt ihr vorbeischauen, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr meine Streams die ganze Zeit gucken, also unbedingt followen, das wäre mega nice. Des Weiteren sei gesagt, und das ist jetzt ganz ganz wichtig, ich habe eine Gruppe erstellt bei Telegram. Oder Telegram oder was weiß ich was. Auf jeden Fall haben mich ja immer wieder Leute gefragt, wie sie mir schreiben können. Wir haben ja bisher immer über Instagram chatten können. Ihr könnt mir jetzt bei Telegram schreiben und dort mit mir chatten. Ich habe eine Gruppe erstellt. Der Link für diese Gruppe auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr da drauf drückt, da kommt ihr quasi direkt auf die Seite und könnt der Gruppe beitreten. Ihr braucht dann nur noch ein Telegram-Konto. Und das ist super easy, funktioniert da am PC, funktioniert da am Handy. Ist quasi ein WhatsApp-Ersatz, nur dass ihr da meine Nummer nicht sehen könnt. Und da werden wir in Zukunft ganz ganz viele Gruppen aufmachen. Wir werden eine Pro-Clubs-Gruppe aufmachen. Wir werden eine Gruppe aufmachen, in der wir FIFA gegen Zuschauer planen. Wir werden was auch immer, keine Ahnung. Und die Gruppe, die jetzt unten verlinkt ist, das ist die Hauptgruppe. Da könnt ihr mit mir chatten. Da könnt ihr alle Infos bekommen, wann ich wieder streame, werde ich da posten oder halt schreiben. Bla, 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 alles mögliche halt. Alle Infos von mir, was gerade so abgeht. Falls irgendwas ausfällt, falls ich eure Tipps mal brauche, eine Umfrage oder sowas. Also das gibt es alles da. Ich weiß nicht, müsst ihr mal ausprobieren, ob ihr mir dann auch direkt Nachrichten senden könnt. Aber ich glaube schon. Und das heißt, da bin ich super erreichbar und da könnt ihr mich erreichen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, übrigens gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Denn auch in der Videobeschreibung ist Neobet. Ich habe ja in letzter Zeit das ein oder andere Mal was mit Wetten gemacht, mit Sportwetten. Und auch in einem Livestream auf Twitch habe ich da ein bisschen drüber geredet. Und heute habe ich auch wieder was Schönes am Start. Wir schauen nämlich mal drauf, wenn ihr auf den Link klickt in der Videobeschreibung, kommt ihr auf diese Seite hier und könnt euch hier rechts anmelden. Das heißt registrieren, gebt dann hier alles an, akzeptiert, dass ihr über 18 seid. Und dann seid ihr quasi registriert und könnt hier theoretisch mitwetten. Wenn ihr, da geht nochmal ein Dankeschön raus, über meinen Link das Ganze macht, bekommt ihr einen super coolen Bonus. Es ist natürlich hier keine kostenlose Variante. Da habe ich auch schon mal was auf Twitch dazu gemacht. Zu kostenlosen Wettvarianten, was auch immer. Aber wenn ihr hier was dann einzahlt, bekommt ihr durch diesen Link einen super Bonus von, ich glaube, 150 Euro. Und könnt dann direkt wetten. Ich habe auch schon ein bisschen was auf meinem Konto drauf. Und das werden wir demnächst in einem Livestream dann ein bisschen verwetten. Und wie gesagt, bei Telegram vorbeischauen, dann wisst ihr, wann ich Livestreame und wann ich diesen Wettstream mache. Das wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn ihr da dabei seid. Und jetzt denken sich der ein oder andere WTF, wie will der denn auf Sport wetten, wenn gar kein Sport gar stattfindet wegen Corona. Genau. Und deswegen sind wir hier bei Neobet. Denn die Kollegen haben sich was ganz, ganz Cooles ausgedacht. Es sind aktuell hier unter Rest der Welt ein paar Spiele verfügbar. Gibt es aber tatsächlich auch mit der Premier League oder bekannteren Ligen. Also Rest der Welt muss man jetzt nicht unbedingt alles kennen und beherrschen. Also beherrschen, da müssen wir einfach mal gucken. Deswegen bei Telegram unbedingt auf dem Laufenden bleiben, wann es da mal coole Ligen gibt und wann ich dann mal Livestream werde. Aber um euch das zu zeigen, es gibt hier Replay-Football. Das heißt, es wird hier ein Spiel abgespielt mit einer Heim- und einer Auswärtsmannschaft. Das heißt, ich weiß nicht, wer hier spielt. Ich kann dann, während das Spieljahr läuft, auf das Spiel tippen und kann dann eben sagen, okay, jetzt führen die schon 1-0, jetzt führen die schon 2-0. Ich denke, die gewinnen. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, hey, in der Premier League zum Beispiel, das war doch das Spiel Liverpool gegen Chelsea oder sowas. Ich weiß doch, wie das Spiel ausgeht und kann dann erstens auf die richtige Mannschaft setzen und sogar bei Neobet reinschreiben, welches Spiel das ist, mit Datum, mit welchen Mannschaften dabei waren, wie das Endergebnis war. Und wenn das richtig ist, bekommst du nochmal einen fetten Bonus. Denn dann wird nämlich dein Gewinn verdoppelt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel sehe und wir werden das live im Livestream dann machen, wo ich denke, hey, die führen schon 2-0, da setze ich einfach mal auf die Mannschaft, die jetzt schon 2-0 führt. Und dann mache ich mir ein bisschen Gedanken, welches Spiel das sein könnte. Ich weiß ja auch, welche Minuten dann das Tor gefallen ist. Und wenn ich dann noch das richtige Spiel quasi errate, dann gewinne ich die Wette, weil ich weiß genau, wie das Spiel ausgeht und kann dann meinen Gewinn nochmal verdoppeln. Das heißt, mega coole Aktion, vor allem wenn du gerade, der da sitzt, sowieso was mit Sportwetten zu tun haben wollen, tun haben wollen, sollt wollen, tun. Und jetzt gerade, wie langweilig ist, also es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, Sportwetten jetzt aktuell immer noch zu machen. Wenn ihr, wie gesagt, auf dem Laufenden bleiben wollt, wann ich diesen Stream oder andere Streams mache, bei Telegram unbedingt vorbeischauen, da können wir dann nachher noch ein bisschen chatten. Schreibt mich an, ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten gerne abonnieren, morgen, wie gesagt, kommt PES und dann Football Manager übermorgen. Und falls ihr noch Vorschläge habt, schreibt mir bei Telegram. Lasst einen Daumen da, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.